Sie hören Kim Lorraine, Riker Ranch Teil 4, Roped Tide, ein Riker kehrt zurück. Gelesen von Matti Kirsch und Philipp de Larch. Erschienen bei Aufbau Audio im Aufbau Verlag. Sam Meine Brüder und ich luden den drei Meter hohen Weihnachtsbaum von der Ladefläche von Clint's Truck und schleppten ihn nach drinnen. Der Duft nach Fichten, Nadeln und Harz zog mir scharf in die Nase. Heute war schon der 1. Dezember. Normalerweise schmückte Ma das Haus einen Monat früher. Allerdings war die Ranch meiner Familie Schauplatz einer beliebten Reality-Show und Ma hatte vor kurzem einen schweren Herzinfarkt gehabt, deshalb hatte sich alles verzögert. Ich wünschte, sie würde die Show abbrechen, all diese Leute von unserem Anwesen jagen und das Geld vergessen, das sie damit verdienten. Ich war Champion im Bullenreiten oder, naja, ist zumindest früher mal gewesen. Jetzt hatte ich mich aus dem Geschäft zurückgezogen, war für immer nach Hause gekommen und bereit, meinen Teil dazu beizutragen, das Familienunternehmen am Laufen zu halten. Aber davon wollten sie nichts wissen. Ich war zehn Jahre lang kaum da gewesen und offenbar kamen sie inzwischen ganz gut ohne mich zurecht. Meine Schwägerinnen Penny und Eva halfen meiner Schwester Sarah dabei, einen beleuchteten Adventskranz über das große Fenster im Wohnzimmer zu hängen, während Ma und Hazel, die frischgebackene Ehefrau meines jüngsten Bruders, mit Nadel und Faden eine Gelande aus Popcorn und Cranberries für den Baum auffädelten. Unwillkürlich musste ich lächeln. Ich war dieses Jahr immer nur wenige Tage zu Hause gewesen. Normalerweise verpasste ich das alles. Die Vorbereitung, die Tradition, die Abende am Feuer, an denen wir uns Filme ansahen, Geschichten erzählten und an dem alten Küchentisch Karten spielten. Fuck, war der Baum schwer. Die spitzen Nadeln stachen mir in den Arm, selbst durch den dicken Stoff meines Flanellhemds hindurch. Gut, Jungs, dann lasst uns dieses Monstrum mal aufstellen, Clint gluckste. Du wirst wohl zum Weichei auf deine alten Tage, was, Sammy? Du bist immer noch älter als ich. Kommt schon, Jungs, ich bin schließlich derjenige, der hier feststeckt am Arsch diese... Tristan Nicholas! Hab ich dich da gerade in meinem Haus fluchen hören, unterbrach ihn Mar und wir übrigen Feigsten. Tut mir leid, Mar. Wir stellten den riesigen Baum ans Fenster und ließen uns von den Frauen erklären, ob er gerade stand oder nicht. Nach einigen Versuchen befestigten wir ihn und Mar segnete das Ganze ab. Ich glaube, das ist der größte Baum, den wir je hatten, sagte Tristan, während er zu seiner Frau hinüberschlenderte. Hazel hatte über das ganze Gesicht gestrahlt, während sie zusah, wie mein Bruder den zugegebenermaßen schwersten Teil des Baums trug. Doch jetzt, da er neben ihr saß, setzte sie noch eins drauf. Ihre Hand ruhte auf ihrem gewölbten Bauch, ihr Ehering glitzerte im Lichtschein. Ich konnte nicht fassen, dass mein kleiner Bruder der zweite von uns war, der heiratete. Er war so verdammt glücklich mit Hazel. Sie waren alle glücklich. Ich kämpfte gegen eine Welle aus Neid an. Ich hatte schon vor langer Zeit meine einzige Chance auf Liebe aufgegeben. Sam, kannst du bitte noch Brennholz holen und sag den Rancharbeitern, dass in der Küche heißer Cider steht. Sie können sich welchen holen. Mein Brustkorb zog sich zusammen. Seit ich hier angekommen war, hatte ich mit niemandem mehr als ein paar Minuten am Stück gesprochen. Ich arbeitete gern allein. Deshalb hatte das Bullenreiten so gut zu mir gepasst. Nur ich und der Bulle und niemand, der mir sagte, was ich zu tun hatte. Klar, Ma. Ich ging in die Küche. Die Hintertür ging auf und Tucker Weston kam herein. Auf seinen Schultern lag Schnee, der Hut verbarg seine Augen. Er nahm den Stetson aus dunklem Filz ab und hängte ihn an den Haken. Während er sich aus seiner schweren Jacke schälte, blickte er mich an. Sammy, sagte er mit zusammengezogenen Augenbrauen. Nenn mich nicht so. Genauso gut hätte ich ihm eine reinhauen können. Er zuckte zusammen und sah so verletzt aus, dass ich mir der Magen zusammenzog. Tut mir leid, ich ... Ma hat erwähnt, dass ihr heute den Baum aufstellt. Ich habe ihr etwas zum Dranhängen mitgebracht. Er zog eine Figur aus der Tasche, einen hübschen, handgeschnitzten Hengst, der aussah, als würde er im Wind galoppieren. Der wird dir gefallen. Er zuckte mit den Schultern. Hatte ein wenig Zeit, während ich mich erholt habe. Mir blieb die Luft weg, als ich wieder daran dachte, wie wir ihn vor ein paar Wochen gefunden hatten, bewusstlos und blutüberströmt. Sein Pferd hat ihn abgeworfen. Da hatte ich zum ersten Mal seit meiner Rückkehr wieder mit ihm geredet. Ich strecke dir die Hand aus.